Hallo und Willkommen zum sechsten Teil unserer Blender Tutorial Reihe. Was ihr hier seht ist eine Lokomotive. Sie ist nicht besonders schön, das gebe ich zu, aber sie wird eure erste Lektion. Dieses Video unterscheidet sich ein bisschen von dem bisherigen, denn in diesem müsst ihr alles anwenden, selber in eurem eigenen Blender, was ihr bisher in Teil 1 bis 5 gelernt habt. Ich habe versucht, möglichst viele von den Dingen, die ihr bisher gelernt habt, in diesem einen Objekt abzurufen. Ich erkläre euch das mal kurz. Ich möchte, dass ihr diese Lokomotive nachbaut. Ihr könnt so viel spicken, wie ihr wollt, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass ihr es ausschließlich mit den bisher erlernten Mitteln hinbekommt. Dabei handelt es sich um folgende Elemente. Die beiden sind ganz normale Zylinder. Das hier ist ein normaler Zylinder. Das hier ist etwas spezieller. Die Räder sind angesetzt. Und die Kabine ist auch angesetzt. Was ihr noch machen könnt ist, am Ende, das wäre jetzt sozusagen das Sternchen am Ende an der 1. Alle Objekte zusammenzufügen. Und zwar mit A. Drückt A auf der Tastatur, damit ihr alles markiert. J mit einer Steuerung davor. Also Steuerung J. Und danach habt ihr ein Objekt. Ihr könnt auch Rechtsklick Join drücken. Das ist im Moment ausgegraut, weil es... Jetzt habt ihr eigene Origins. Genau. Es war ausgegraut, weil es gerade schon zusammengefügt ist. Also Steuerung J hier. Fügt diese komplette Lokomotive zu einem Objekt zusammen. Vorher hatte ich im Outliner ganz viele. Dann möchte ich, dass ihr diese Datei umbenennt. Also diese Lokomotive Lokomotive nennt. Es ordentlich auf dem Boden platziert und den Origin auf 0 setzt. So, dass ich im Panel hier bei der Location überall 0 eintragen kann und sie perfekt auf dem Boden steht. Wenn ihr das geschafft habt, dann können wir mit Teil 7 ohne Probleme starten. Bitte pausiert jetzt das Video. Und wenn ihr fertig seid mit eurer Lokomotive, dann drückt ihr auf Play. Und dann zeige ich euch nochmal jeden Schritt, wie diese Lokomotive zustande kommt. Falls ihr euch selber nicht mehr sicher wart, wie jetzt eigentlich der beste Weg dafür ist. Ganz wichtig im Hinterkopf behalten. Wie genau ihr das macht, ist oft gar nicht wichtig. Am Ende muss einfach nur das Ergebnis stimmen. Denn es gibt sehr, sehr viele Wege zum Ergebnis zu kommen in Blender. Es gibt aber schnellere und langsamere Wege. Also pausiert jetzt das Video. Sobald ihr fertig seid, drückt ihr auf Play. Ich starte mit einer neuen Blenddatei, ich habe bisher nur die Kamera entfernt, sowie die Lichtquelle. Unseren Standardwürfel skaliere ich in der Y-Achse. Wir legen unseren 3D Cursor ein bisschen außerhalb des Sichtfeldes. Außerhalb des Bereiches mit unserem Startwürfel. Drücken Shift A, Mesh, Zylinder. Und im Menü gehen wir etwas nach unten mit unserer Geometrie, damit wir nicht ganz so viele haben. In dem Modell, das ich angewendet hatte, hatten wir nicht ganz so viele. Ich denke mal, dass das 12 waren. 12 dürfte eigentlich pro Rad ausgereicht haben. Wir skalieren den Guten ein bisschen in der Höhe. Die Frontansicht. Und rotieren das Ganze in der Y-Achse um 90. Also 90 am Numpet einklicken. Und Enter drücken. Dann ist es um 90 Grad gedreht. Man kann das auch einfach direkt bei dem Menü hier unten Rotate eingeben. Oder in unserem Item Panel die 90 Grad bei Rotation eingeben. Ich gehe in die Draufsicht und montiere mein erstes Rad. Ich muss es noch in der Höhe justieren. Also mit GZ etwas nach unten. Ich werde dieses Rad noch kopieren mit Shift D. Nochmal kopieren mit Shift D. Dann markiere ich mir die anderen mit einem Shift-Klick. Und die, damit die gleich auf der gleichen Seite sich bewegen, arretiere ich das Ganze in der X-Achse. So. Jetzt habe ich die Räder soweit schon dran. Ich nehme mir noch das Hinterrad, indem ich das wieder kopiere. Und diesmal skaliere ich das Rad. Dabei möchte ich aber, dass sich der äußere Durchmesser, also auf der X-Achse, nicht weiter verändert. Also drücke ich Shift X, um die X-Achse auszuschließen bei meiner Skalierung. Ich werde in den Edit-Modus gehen, damit ich nur noch die äußere Platte ein wenig nach außen ziehen kann in der X-Achse. Damit ich nur ein bisschen breitere Räder habe als vorne. Dann müssen wir das ganze Rad noch im Objekt-Modus auf die gleiche Höhe bringen mit GZ. Und danach müssen wir es noch duplizieren. Damit es auch gegenüber liegt, arretiere ich es auf der X-Achse. Nun brauchen wir noch ein Führerhäuschen auf unserer schönen Lokomotive. Und zudem sollte sie vielleicht nicht ganz so lang sein. Mit dem Border Selection Tool markieren wir die linken und die rechten Räder. Die G-Taste drücken und die Y-Taste, um das Ganze ein bisschen näher aufeinander zu schieben. Mit gedrückter Shift-Taste D selektiere ich die zwei Räder, wieder G, Y und etwas näher hinziehen. Dann wieder die zwei Räder deaktivieren. Und das gleiche Spiel von vorne, G und die Y-Achse, um es näher anzuziehen. Vorne habe ich jetzt etwas überflüssigen Platz. Dann gehe ich in den Edit-Modus, schnappe mir die vordere Fläche mit G und Y, kann ich es wieder ein Stück zurückziehen. Jetzt möchte ich das Führerhäuschen bauen. Dazu muss ich wieder in den Objekt-Modus einen neuen Würfel erstellen und den auf meinen bestehenden Lokomotiven Körper setzen. Hier möchte ich ganz genau in der Mitte sein. Damit mir das gelingt, kann ich auch einfach bei der Location die 0 eingeben und schon habe ich ein perfekt ausgerichtetes Führerhäuschen. Was sich in dem vorherigen Bild ein bisschen gezeigt hat, ist, dass ich mit dem Grundkörper der Lokomotive hinten ein wenig hochgegangen bin. Das können wir wieder im Edit-Modus machen, diesmal mit dem Edge-Select und mit GZ leicht anheben. Damit das jetzt gut aussieht, muss ich natürlich auch im Objekt-Modus zu dem Führerhäuschen wechseln und dort wieder in den Edit-Modus und mit dem Edge-Select-Mode nehme ich mir die Kante und ziehe sie etwas nach vorne. Damit ich hier sehe, wo ich lande, benutze ich den X-Ray-Modus, wie wir gelernt haben. Ich zoome etwas hin und sehe die Kante, auf die ich ansetzen möchte. Wir schnappen uns die vordere Edge, gehen wieder in die Seitenansicht und ziehen die ein Stück nach oben. Jetzt fehlt mir noch der restliche Körper. Ich gehe wieder mit Alt-Z aus dem X-Ray-Modus raus und muss nun meinen restlichen Zylinder für meinen Grundkörper bauen. Also drücke ich in Objekt-Modus Shift-A Mesh Zylinder und scale den in der Z-Achse. Jetzt müssen wir den Grundkörper nur noch rotieren. Dazu gehe ich auf R, dann wähle ich die X-Achse aus und 90 Grad. Gehe in die Seitenansicht und schieben den Körper ungefähr so, wie wir ihn brauchen. Skalieren ihn noch etwas in der Y-Achse und ziehen ein Stück zurück. Was jetzt noch fehlt, ist den Körper noch in die richtige Linie zu bringen. Weil unser 3D-Cursor nicht mittig ist, hat er das Ganze immer ein Stück zu weit rechts platziert. Das können wir aber umgehen, indem wir einfach bei der Lokation wieder 0 eintragen in der X-Achse und er ist wieder da. Unseren 3D-Cursor kann ich ebenfalls hier bei der X-Achse auf 0 setzen. Nun fehlt bloß noch vorne das Räumschild. Damit wir unser Räumschild bauen können, brauchen wir einen Kegel. Diesen Kegel erstellen wir über Shift-A im Object Mode über Cone und dort geben wir die 12 Vertices ein. Unseren Cone müssen wir natürlich noch halbieren. Dazu gehen wir in den Edit Modus, nehmen den Face Select Modus, klicken die eine Hälfte an. Mit STRG gedrückt können wir die zweite Fläche gegenüber anklicken und danach einfach mit Entfernen die Faces weglöschen. Jetzt haben wir noch die Grundfläche, die können wir so auch nicht verwenden, also löschen wir sie ebenfalls mit Entfernen und Faces weg. Dann gehen wir in den Edge Select Modus, klicken die äußerste Kante an und mit gehaltener STRG-Taste gegenüberliegend die Kante und drücken F zum Füllen. Dann verbinden wir diese drei Kanten ebenfalls mit F und haben unser Räumschild. Zurück im Objekt Modus, skalieren wir es in der Z-Achse und dann einmal Gesamt. Wir gehen in die Seitenansicht, ziehen unser Räumschild etwas nach unten, skalieren das noch etwas in der Größe und nun sollte es passen. Was wir jetzt noch brauchen, sind unsere zwei Schornsteine. Dazu können wir einfach unseren bestehenden Mittelblock benutzen mit Shift D, dann R in der X-Achse um 90 Grad, skalieren das Ganze etwas nach unten. Dann werden wir es noch ein bisschen, vielleicht war er etwas dicker, dann skalieren wir es noch an der Z-Achse, ziehen ihn in meine Lokomotive rein, kopieren ihn nochmal mit Shift D und diesmal noch etwas in der Z-Achse bearbeiten. So sollte unsere Lokomotive vollständig sein. Sie wird wahrscheinlich ein wenig von der Abweichen, die ich vorher gemacht habe, weil alles mit reinem Augenmaß und ein bisschen Gedächtnis gemacht wurde. Aber darauf kommt es nicht an, es kommt darauf an, die Techniken zu beherrschen, die wir in Teil 1 bis 5 gelernt haben. Und genau das sollte ja soweit geklappt haben. Wir werden jetzt noch den 1 mit Stern abholen, indem wir einfach mit STRG, Entschuldigung, mit A alles markieren und mit STRG J das Objekt joinen. Das lässt sich eben auch mit dem Rechtsklick Join machen. Dann gehen wir in die Seitenansicht, heben unsere Lokomotive genau auf die Kante, auf die grüne. Das ist nämlich das Null-Level und sagen STRG A, Location. Jetzt ist unser Origin unten am Boden fest und wir haben ein aktuell 0, 0, 0 Level von unserem Origin. Das bedeutet, unsere Lokomotive ist perfekt im Wasser. Was wir dann noch brauchen ist die Rotation. Die sollten wir auch noch applyen, damit die sich bei einem Import oder mit Alt R nicht wieder komplett zurücksetzt. Also STRG A, Rotation und bei Scale ebenfalls STRG A, Scale und der Scale ist auf 1. Mit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ist unser Objekt perfekt für den Export vorbereitet und wir haben keine nicht angewendeten Transformationen. Was wir jetzt fast vergessen hätten, ist natürlich das Umbenennen unserer Lokomotive. Dafür gehe ich Rechtsklick in unser rechtes oberes Feld, Lokomotive und weil wir schon dabei sind, benennen wir die Kollektion ebenfalls um in Fahrzeuge. Soweit haben wir alles abgeschlossen und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und die nächste Lektion steht auch schon für euch bereit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020